Ja, also erste Highlight, muss man sagen, hatten wir die eigentlich ganz gut im Griff. Bis auf die eine Chance, die sie hatten, hatten wir das Spiel komplett unter Kontrolle. Man muss sagen, dass wir aber nicht so viele wirklich hundertprozentige Chancen uns rausgespielt haben. Das hat eindeutig gefehlt. Aber die, die wir dann hatten, haben wir natürlich dann auch leider nicht reingemacht. Ja, zweite Halbzeit ist eigentlich eher ein ausgeglicheneres Spiel, kommen nicht mehr so vorne in den Druck rein. Und ja, am Ende muss man sagen, können wir glücklich sein. Oder was ist glücklich? Aber mit einem Punkt können wir am Ende leider leben, weil wir haben nach der hunderttausendprozentigen vorne, kriegen wir das 1-0, was bitter ist, und machen dann das 1-1 durch den Elfmeter. Im Endeffekt muss man damit erstmal zufrieden sein heute. Also wir haben eigentlich, finde ich, insgesamt ein gutes Spiel gemacht. Was hätte besser sein können, dass wir unsere Chancen, die wir hatten, auch im ersten Durchgang hätten wir vielleicht besser nutzen können, große Chancen. Aber ansonsten finde ich, haben wir ein gutes Spiel gemacht und am Ende leider nicht belohnt. Also, weil wir unnötig in der 87. glaube ich, einen Elfmeter kriegen, der einfach keiner ist. Ja, also wir werden als nächstes erstmal Altona. Das ist natürlich ein sehr schweres Spiel für uns. Es ist aber nicht so, dass wir uns eigentlich sagen müssen, dass wir da ohne Chancen sind. Wir haben letztes Spiel gegen Pinneberg unentschieden gespielt, heute unentschieden gespielt. Wir haben schon echt gute Ansätze, aber im Moment klappt einfach vieles noch nicht, was letzte Saison beispielsweise geklappt hat. Deswegen, wir müssen uns jeden Punkt wirklich im Moment hart erarbeiten. Unser spielerisches Konzept geht noch nicht 100 Prozent auf. Aber nächstes Mal werden wir wieder mit 100.000 Prozent reingehen, wieder komplett Altona unter Druck setzen und dann werden wir die irgendwie schon knacken. Also wir sind sehr positiv gestimmt, dass es schon irgendwie wird. Auf jeden Fall haben wir insgesamt einen super Spiel gemacht. Wir müssen hier die drei Punkte eigentlich mitnehmen und das finde ich positiv. Wir haben alle gekämpft, geackert, gelaufen und das können wir nächste Woche ins Spiel gegen Cordy mitnehmen. Das müssen wir nochmal eine Schippe drauflegen, vielleicht jeder 110 Prozent. Und wenn wir ansatzweise wieder so gut wie spielen wie heute, dann werden wir auch vielleicht mit einem Punkt oder vielleicht auch drei Punkte gegen Cordy mitnehmen. B 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 Untertitelung des ZDF, 2020